Das ist schon gut. Hier. Das wird schon wieder. Gerrit. Ja? Danke, dass du da warst. Gerrit. Das steht mir doch so gut. Findet Verena auch? Das geht nicht. Warum nicht? Das macht man nicht. Das ist Tabu. Außerdem bringt das Unglück. Mann! Reiß dich zusammen! Doktor Olaf sitzt hier. Wir klären das nach der Konferenz. Entweder du setzt dich hin oder du gehst raus. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so gut. Ich habe mich für die Zeit nicht. Ich schlage nur noch einmal. Ich schlage nur noch einmal.